Hier auf dieser Tribüne steht normalerweise der nicht zu überhörende und nicht zu übersehende Fahnenblock. Thomas, 15-jähriger Oberschüler und ständiger Gast bei Heimspielen, wird so freundlich sein, uns die gebräuchlichsten Gesänge, die hier zu hören sind, einmal in aller Ruhe vorzuführen. Thomas, bitte tun es doch mal den Gefallen. SKT-Eili, 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 SCT-Eili, Dynaamoh, Dynaamoh. Erich Mielke ist homosexuell, homosexuell, homosexuell Und Erich Honecker ist auch homosexuell, auch homosexuell, auch homosexuell Ja, von wegen, doofen Nörgel, es ist, wir können auch ganz schön Stimmung machen, wenn keiner guckt Das kann man alles in meiner Akte nachlesen Codename I.M. Pickelbjumir S.E.P.L. Pername Homosexuell